Hallo zusammen, auch in dieser Woche gab es wieder einigen Krimskams, der in der großen weiten Welt passiert ist und ich habe versucht alles für euch zusammen zu suchen und zu kommentieren. Von Videogames bis Lego, herzlich willkommen, das ist die Woche. In einer Partner-Preview stellte Xbox neben einigen Bekannten auch eine Handvoll neuer Spiele vor. Besonders Remedy wurde gehighlighted, nicht nur mit dem Launch-Trailer für den Alan Wake 2 DLC, The Lake House, sondern auch mit dem 3-Spieler-Multiplayer-Shooter FBC Firebreak. Das Federal Bureau of Control stellt sich hier komplett neu dar und Spieler übernehmen die Rolle eines Bund mit Schutzausrüstung ausgestatteten Response Teams, welches in schnell aussehenden Feuerwaffen kämpfen, die Büros des, naja Büros von eindringlichen, übernatürlichen Kräften freischießen muss. FBC Firebreak kommt 2025. Außerdem gab es Kronos The New Dawn, das neue Projekt vom Bloober Team, sowie Maus PI, ein Shooter, visuell inspiriert von 1930er Mickey Mouse Cartoons. Subnautica 2 kommt nun mit Koop-Modus und Phasmophobia kommt nun auf Konsolen, The Legend of Babu hat einen großen knuffeligen Hund und Wu-Chang Fallen Feathers hat viel zu viel Ähnlichkeit mit Sekiro. Alle Spiele und noch eine Handvoll mehr findet ihr natürlich in Xbox'ins YouTube Video zur Partner Preview. Ein massiver Leak hat Game Freak getroffen, die Hersteller von Nintendos Pokémon Reihe in so gut wie allen Variationen. Quellcode, haufenweise Artwork und Konzeptarbeit, interne Infos, E-Mails und so vieles mehr waren plötzlich nicht mehr sicher auf den PCs der Firma, sondern in den Händen des Internets. Glücklicherweise waren nach aktuellem Stand persönliche Daten der Mitarbeiter nicht betroffen. Dafür gab es anscheinend den kompletten Quellcode für diverse Pokémon-Games und eine Menge Codenamen für kommende Spiele, eines davon eventuell gar ein Pokémon-MMO. Ein Statement von Game Freak nach dem Leak bestätigte, dass nur Namen und Firmen-E-Mails der Mitarbeiter in den betroffenen Dateien vorhanden waren. Was zwar auch Ex-Mitarbeiter und Freelancer betrifft, aber immerhin hätte weitaus schlimmer sein können. Betroffene Personen wurden kurzfristig von Game Freak kontaktiert. Außerdem gab es dank gemäßer Datenmengen von mehreren Terabyte einige potenzielle Informationen über kommendes aus dem Pokémon-Universum, wenn auch wenig Definitives. Ich werde dies hier nicht aufzählen, da es a mir ethisch nicht gefällt und b ich zu wenig Interesse an Pokémon habe, um Details vernünftig in Kontext setzen zu können. Aber wer sich dafür interessiert, kann auf Reddit und Konsorten sicherlich mehr Infos finden. Star Citizen Citizen Con ist in vollem Gange und wir schauen sicherlich am Wochenende auch mal live rein, auch wenn das die Verkaufszahlen von diesem Ding hier in den Boden treiben wird. Sowas ist immer witzig. Der ganze Bums findet in Manchester England statt und verspricht wie immer jede Menge potenziell interessante neue Features für das Weltraumspiel, die sicherlich wie immer entweder niemals im Spiel erscheinen oder erst irgendwann in 2-3 Jahren. Aber man soll ja immer optimistisch bleiben, neben den heutigen Vorstellungen, bei denen es hoffentlich mehr zu Squadron 42 gibt, der Singleplayer-Version von Star Citizen und vermutlich einige Infos zum neuen Kleidungs- und Ausrüstungssystem, sowie jede Menge technische Erklärungen zu Engine und Neuerungen wird es morgen nochmal interessant, wenn es Neues zum Basenbau gibt, bei dem man zukünftig seine eigene Spielerbasis aufbauen kann und verteidigen muss. Außerdem gibt's endlich mal eine offizielle Note darüber, was für ein Spiel Star Citizen eigentlich genau werden soll, in einer High-Level-Übersicht darüber, was nun mit Version 1.0 eigentlich genau zu erwarten ist, wenn sie denn dann auch tatsächlich irgendwann erscheinen wird. Wie gesagt, wir schauen übers Wochenende immer mal rein, ansonsten gibt's aber nächste Woche sicherlich eine Zusammenfassung der spannendsten Infos, falls es welche gab. Damit ihr die nicht verpasst, gleich da unten ist ein wunderschöner Abo-Button, den ihr unbedingt sofort klicken müsst. Bei Sony gibt's neue News für das hoch erwartete Claire Obscure Expedition 33. Ihr erinnert euch bestimmt, das war dieses JRPG mit Dark Souls-Action-Mechaniken wie Ausweichen, Parieren und Blocken in einem Final Fantasy-ähnlichen Kampfsystem. Sony hat jetzt neue Sprecher im Cast vorgestellt und die sind tatsächlich etwas überraschend. Dafür, dass man eigentlich von einem Double-A-Spiel ausgegangen ist. Andy Serkis, die Stimme von Gollum, ist ebenso dabei wie Ben Star, der zuletzt die Rolle von Clive Rossfield in Final Fantasy 16 übernommen hatte. Außerdem Jennifer English, Baldur's Gates, Schattenherz sowie Charlie Cox, aktuell bei Marvel als Daredevil unterwegs. Auch einen neuen Trailer gab's und das Spiel hat wie schon vorher fantastisch gute Optik und Stil, allerdings sehen die Spielumgebungen für meinen Geschmack noch immer ein bisschen zu tunnelig aus und es scheint weniger offene Landschaften oder Gegenden zu geben. Aber ich will noch gar nicht meckern, das Spiel wird sicher ziemlich gut. Mit Marvel Mystic Mayhem hat Marvel das erste Videospiel unter dem wiederbelebten Marvel Games Label vorgestellt. Es erscheint für Mobilgeräte und ist ein teambasiertes Taktik-RPG, in dem zahlreiche Helden wie Iron Man, Spider-Man, Doc Strange und andere gegen Nightmare und dessen Gehilfen antreten. Einem Bösewicht, der, wie der Name schon sagt, die Welt der Träume beherrscht und im Allgemeinen so eine Art Mephisto by Wish bestellt ist. Ubisoft bekommt keine Pause von Ärger und Stress, nachdem Assassin's Creed Shadows bereits verschoben werden musste, dürfen sie nun auch eine Statue wieder in die Designwerkstatt von Studio Pure Arts zurückgeben. Selbige Gaben nämlich bekannt, dass eine Statue der zwei Hauptdarsteller wieder zurückgezogen und zum Redesign geschickt wird, nachdem einiges Aufhebens auf Social Media eine problematische Darstellung an dem Modell entdeckt hat. Das Tori-Tor, eines der berühmten japanischen Tempeltore, die ihr sicher schon mal gesehen habt, ist im Original-Design mittig zerbrochen, was sehr stark an ein echtes, zerbrochenes Tor erinnert, nämlich das einbeinige Tori in Nagasaki, welches als Mahnmal noch heute an den Atombombeneinschlag von 1945 erinnern sollen. Kunden, die die Statuette bereits bestellt haben, sollen wohl schon entsprechende Info bekommen haben, mit weiteren Infos darüber, wie es weitergeht. Die Reaktionen auf den Rückruf sind gemischt. Einige Stimmen sagen, Pure Arts und Ubisoft hätten das Problem sofort erkennen sollen, insbesondere, da sich sowohl die Entwickler als auch das Spiel selbst dargestellt haben als historisch akkurate Darstellung der japanischen Geschichte, wenn auch mit einigen Freiheiten und so ein Faux Pas eigentlich beim ersten Geschichtsbuch auffallen sollte. Andere sind der Meinung, dies könnte nur ein weiteres Beispiel sein, wie Assassin's Creed Shadows seit seinen ersten Ankündigungen, insbesondere durch einen schwarzen Hauptdarsteller und eine weibliche Zweithauptdarstellerin in eine aufgeputschte Kontroverse eingemischt wird, hauptsächlich von Online-Kommentatoren, die sich nur zu gern an jedem möglichen Problem festhalten. So oder so, in diesem Fall hätte Ubisoft es sicher besser wissen müssen und wir können nun alle sehr gespannt sein, wie die neue Statue aussehen wird. Analog, bekannter Hersteller von Retro-Konsolen und Handhelds, die Originalspiele von unter anderem Super Nintendo, Mega Drive oder Game Boy abspielen, haben ihr neues Produkt verschieben müssen. Doch nun gibt es Neuigkeiten. Das Analog 3D emuliert den König der Multiplayer-Plattformen, das Nintendo 64 in voller 4K Auflösung, sieht extrem schick aus und hat, wie alle Analog-Konsolen, Anschlüsse für Originalkontroller mit an Bord. Eigentlich sollte der Kasten in 2024 erscheinen, aber in einer neuen E-Mail an Supporter gibt's jetzt neben ersten, definitiven Infos auch eine Bestätigung, dass das Analog 3D doch erst im frühen nächsten Jahr erscheinen wird, und zwar für einen Preis von 250 US-Dollar. Vorbestellungen werden ab dem 21. Oktober um umgerechnet 17 Uhr auf Analogs Webseite möglich sein und vermutlich sehr schnell ausverkauft. Die Konsole besitzt einen eigens für das Analog 3D hergestellten 4K Upscaler und diverse Display Modi, um das CAT Gefühl in hohe Auflösungen zu bringen. Und es ist 100% kompatibel mit der kompletten Bibliothek des N64, einer Konsole, die bis dato als ziemlich schwer zu emulieren galt. Bluetooth für Controller wird ebenso unterstützt wie USB und SD Karte, dafür kommt der Kasten nicht mit einem Controller in der Box, der muss bei 8BitDo für 40 Euro extra bestellt werden. Oder man nutzt seinen alten Originalkontroller. Hätte mir letzte Woche jemand erzählt, dass es nicht nur Action Replay die Cheat Software immer noch gäbe, sondern dass Sony immer noch in Gerichtsverhandlungen gegen sie antritt, hätte ich nur gestarrt und wäre dann weiter in Kartons die Treppe runtergerutscht. Aber tatsächlich ist beides der Fall und just gerade hat der Europäische Gerichtshof Sonys Klage gegen Dattels Action Replay, die erstmals im Jahr 2012 vor Gericht landete, abgelehnt. Damals reichte die Rechtsabteilung von Sony vor einem deutschen Gericht die Klage gegen den Hersteller von Cheat, Hard und Software. Es ging, nicht lachen, hauptsächlich um das Action Replay für die Playstation Portable. Wer Action Replay nicht mehr kennt, das Ding gab es seit Super Nintendo Tagen in zahlreichen Soft- und Hardware Variationen, man konnte je nach Spielegeneration aus einem Buch oder aus dem Internet zahlreiche Codes ziehen, mit denen man seinen Spielen unendliche Leben, unendliche Energie und ähnliche Cheats zufügen konnte. In der Klage von 2012 nun gab Sony an, dass Action Replay Sonys Rechte zur Genehmigung von Änderungen an Sonys Spiele Software verletzte und diese Klage lief nun bis vor den Europäischen Gerichtshof. Dieser lehnte die Klage nun nach all dem Tamtam schlicht ab und fällte ein Urteil zugunsten Dattel. Begründet wurde das Urteil damit, dass Action Replay weder den Objekt-Code noch den Quell-Code oder interne Strukturen von Sonys Software ändere oder reproduziere. Es ändere lediglich den Inhalt einiger Variablenwerte, die nur vorübergehend während des Spielens im RAM der Konsole gespeichert sind. Dies verstoße nicht gegen geltendes Recht. In der eigentlichen Klage ging es Sony um Einstellung des Verkaufs und einen Schadensersatz in nicht genannter Höhe. Und immerhin kann Sony nun trotz einer jahrelangen Geldverschwendung für Gerichtsverhandlungen, Anwälte und Papierkram sicher sein, dass die Verkäufe des PSP Action Replays ziemlich sicher eingestellt sind. Schadensersatz gibt's aber leider nicht. Zack Hoyt, vermutlich einigen Bekannte als Streamer Asmengold hat sich wieder in einen größeren Shitstorm manövriert. Platz 12 der weltweit größten Streamer auf Twitch darf sich erstmal von Twitch verabschieden. Denn nach einem ausufernden Meinungskommentar über Palästina, dessen Zitat minderwertiger Kultur und weiterer Darstellung seines aktiven Desinteresses und passiven Einverständnis mit über 41.000 durch israelische Kräfte getöteten Palästinensern in Gaza, wurde sein Account für einen offiziell unbekannten Zeitraum gesperrt. Nein, so Asmengold in seinem letzten Stream, ich werde euch nichts vorheulen, wenn Leute, die Massenmorde in ihrer Gesetzgebung vorgeschrieben haben, selbst massengemordet werden. Nein, ich fühle kein Mitleid mit ihnen. Ich bedauere sie nicht, es interessiert mich nicht, ich unterstütze sie nicht. Weiter sagte er, es interessiert mich einen Scheiß, sie sind ein schreckliches Volk, das ist doch überhaupt keine Frage. Diese Leute sind nicht deine Verbündeten, sie sind nicht wie wir. Sie kommen von einer in jeder Hinsicht minderwertigen Kultur. Knapp vier Stunden nach diesen Aussagen und Minuten nach einer spontanen Talkstunde mit politischem Streamer Hasan Paikar wurde heute von Twitch gesperrt. Kurz danach postete eSports-Journalist Rod Breslau, dass der Ban laut seinen Informationen ganze zwei Wochen Twitch-Pause bedeuten würde. Ob dieser Zeitraum tatsächlich stimmt, wurde von Twitch bisher weder dementiert noch bestätigt. Er deckt sich aber mit bisherigen Erfahrungen, was Twitch-Bans angeht, die gerade bei großen Streamern eher kurzfristig sind. Kurz vor dem Ban postete Hoyt noch eine mit viel Wohlwollen als Entschuldigung lesbare Nachricht in das mit sehr sehr abgestandener Milch gefüllte Schwimmbadbecken bekannt als Twitter, welche da lautete, wenn ich es mir noch einmal anschaue, war ich wohl zu sehr ein Arschloch über dieses ganze Palästina-Ding. Mein Fehler. Doch diese kam zu spät und war zu wenig. Der Zorn über diese menschenverachtenden Postings zog schon zu große Kreise und Hoyt erntete selbst von seinen Fans nur vergleichsweise wenig Applaus. Auch wenn es natürlich einige gab und gibt, die ihm laut zustimmen. Einen Tag später kündigten sowohl die Influencer-Gruppe OTK als auch der PC-Hersteller Starforge beides Firmen, in denen Hoyt leitende Gründungspositionen innehat an, dass Hoyt von seinen Rollen in den Firmen sowie allen Beteiligten Unterfirmen einen Schritt zurücktreten würde. Bemerkenswerterweise aber ohne faktische Bestätigung, dass er die Firmen und seine Positionen komplett verlassen würde. Zwei Tage später, in einem weiteren Video, veröffentlichte Hoyt dann eine weitere Nachricht an seine Zuschauer auf YouTube, in der er Besserung gelobte, allerdings nur bezüglich der Harscheid seiner Aussagen, nicht unbedingt deren Inhalt. Er echauffierte sich über die Art seiner eigenen Videos der letzten Jahre, die hauptsächlich aus Hass, Schimpftiraden und Anschuldigungen gegenüber anderen Menschen bestünden, anstatt unterhaltsamen Content. Er habe sich über die letzten Jahre langsam in die gemeinste, unhöflichste, ekligste und herzloseste Version von sich selbst entwickelt, sagt er, und möchte sich nun bessern. Er bezeichnete das eigene Gesagte als widerlich, ohne näher ins Detail zu gehen, warum und wieso und versprach, Aussagen wie diese zukünftig aus seinen Streams herauszuhalten. Außerdem bestätigte er die bereits genannten Infos, einige leitende Positionen, wie seinen Stellen in der Influencer-Gruppe OTK, dem PC-Hersteller Starforge und dem Spiele-Publisher Mad Mushroom zu pausieren. Dieses Entschuldigungsvideo klang zunächst sogar, zumindest mit viel Wohlwollen, nach tatsächlicher Einsicht und Verständnis, auch wenn wie immer in solchen Fällen die vorgetragene Einsicht erst dann auftaucht, nachdem zahlreiche Geschäftsdeals verloren wurden. Denn wie wir alle wissen, bedauern Streamer gesagte Dinge erst dann, wenn sie tatsächlich Folgen für sie haben könnten. Nur konnte Hoyt aber auch nach dem Video die Finger nicht stillhalten und musste seine Hardcore-Fanbase noch eine Beruhigung mit auf den Weg geben, bevor diese aus lauter Solidarität für Hass und Gemeinheit ihr Abo kündigen würde. Darum öffnete er direkt nach dem Posten des Videos erst einmal das Asmengold Subreddit und veröffentlichte dort ein Posting, wie es tatsächlich zukünftig aussehen werde. Mit einer Einleitung durch das amerikanische R-Wort und der Klarstellung, nicht alle Leute in Palästina sind Müll, stellte er klar, dass die zukünftigen Veränderungen in seinem Content hauptsächlich die Wortwahl betreffen würden und damit natürlich auch die Chancen auf einen weiteren Ban wegen derselben. Wenn ihr glaubt, so Asmengold, dass dies bedeutet, dass mein nächster Stream sein wird, wie ich Dustborn spiele oder Sweet Baby promote, werdet ihr sehr enttäuscht sein. Ich ändere überhaupt nichts, außer zu versuchen, mehr positiv und weniger gemein zu sein. Was ich gesagt habe, war nicht mal in den Top 5 der schlimmsten Dinge, die ich über die Jahre gesagt habe. Es ist eher ein Makroproblem als eine Gesamtsituation. Er führte ebenfalls aus, wie Sponsoren oder der Rücktritt aus Firmenpositionen nichts mit der Sache zu tun hätten. Er habe eh einen Urlaub nehmen wollen und hätte dies so oder so getan. Und da sind wir jetzt. Asmengold, einer der größten Streamer der Welt, ist nach wie vor wegen entmenschlichenden und rassistischen Aussagen von Twitch gesperrt, wird aber ziemlich sicher bald wieder zurück auf der Bühne sein. Der Account, der gesperrt wurde, ist sein Zweitaccount Zagraw, nicht der Hauptaccount Asmengold. Dies wirft wiederum weitere Fragen auf bezüglich Twitch. Sein Zagraw-Account war zwar der, den er in den letzten Jahren genutzt hatte. Es ist aber auch der Account, der im Gegensatz zum Asmengold-Account absichtlich demonetarisiert ist. Beide Accounts haben jeweils weit über eine Million Follower. Der Hauptaccount kann also dennoch auch innerhalb des Bandzeitraums fleißig weitere Subscriptions und damit Geld auf Twitch sammeln. Und tut dies auch. Hat Twitch dies so gehandhabt, um ausschließlich den Account zu bestrafen, auf dem diese Dinge gesagt wurden oder eher um auch weiterhin seinen Anteil der vielen tausend Dollar einzusacken, die der Asmengold-Account der Plattform monatlich bringt. Auch YouTube hat bisher nicht reagiert und wird es wohl auch nicht mehr tun. Für heute selbst ist die Sperre natürlich nur ein sehr kleiner Stolperstein und wie sehr er sich wirklich aus den vorher genannten Geschäften zurückgezogen hat, er ist schließlich immer noch Mitbegründer und Besitzer, sowohl von OTK als auch Starforge, darf ebenfalls angezweifelt werden. Ziemlich sicher ist nur, dass der Account wohl keinesfalls permanent gesperrt ist und dass Asmengold nach einer kurzen Urlaubspause wieder auf die Plattform zurückkehren wird. Was er dann wirklich ändert, wird sich zeigen müssen. Wir haben wieder ein neues Mini-Bildchen vom kommenden James Gunn geleiteten Superman-Movie. Und es wäre mir grundsätzlich fast egal, wenn es nicht den potentiell beliebtesten Seiten-Charakter der ganzen Franchise zeigen würde. Krypto den Superhund. Wer jetzt den weißen Flausch sieht und sich wundert, warum dieser Krypto ganz anders aussieht, als wie er meist in den Comics dargestellt wird, James Gunn hat hier seinen eigenen Köter, Ozu, als Vorbild genommen, einen geretteten Notfallhund aus einer Tierhortung, der bei Gunn ein neues Leben anfangen durfte. Und darum bin ich ihm auch kein kleines bisschen böse wegen der Änderung. Superman soll das neue DC Universe einleiten und erscheint laut bisherigen Planungen im Juli nächsten Jahres als erster offizieller Film des neuen Filmiversums. Falls sich gerade jemand wundert, warum auf Blue Sky mal wieder über eine Million neue User in den letzten Tagen eingetrudelt sind, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Elon hat wieder Unfunk angekündigt, was die lustige Wundertüte voller Nägel, kaputter Spritzen und geladener Mausefallen vorher bekannt als Twitter angeht. Zum einen wird zukünftig nach mehrfacher Ankündigung das Blocken umgebaut. Geblockte User können nun auch weiterhin problemlos deine Beiträge und deinen Accounts sehen und verfolgen, aber nicht damit interagieren. Für einen Großteil der Künstler und Kreativen auf Twitter ist jedoch die zweite Änderung, die etwas mehr unter dem Radar laufen sollte, wesentlich nerviger. Bis dato konnte man via Opt-Out sein Einverständnis zurücknehmen, was die Verwendung aller eigenen Posts, Bilder, Musik und Videos für Elons Nutzung in seiner AI Grog angeht. Das fällt jetzt aber unter den Tisch, denn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden mal wieder die Terms & Services von Twitter umgeschrieben und beinhalten nun eine Kombination aus der bereits bekannten, an Twitter gegebenen, weltweiten, nicht exklusiven, umfassenden Lizenz, den Content aller User zu nutzen, kopieren, ändern und reproduzieren und verkaufen zu dürfen, sowie einen brandneuen Absatz, der dein Einverständnis gibt, dass diese Lizenz ebenfalls den Gebrauch all dieser Daten und Beiträge für Twitters Machine Learning und Künstliche Intelligenz-Modelle gibt. Egal ob generativ oder andersartig. Das passt natürlich gerade Kreativen auf Twitter überhaupt nicht und dementsprechend gibt's gerade wieder einen riesigen Influx von Twitter-Usern Richtung Alternativ-Plattformen. Allen voran Blue Sky. Blue Sky selbst gab bekannt, dass am ersten Tag dieser Ankündigung eine halbe Million neue User auf der Plattform registriert wurden. Mittlerweile sind es über 1,2 Millionen neue Blue Sky und damit über 12 Millionen User insgesamt. Mich findet ihr dort natürlich ebenfalls unter addtimokusu, sagt gerne mal Hallo, damit ich euch adden kann. YouTube testet ein neues Subscription-Angebot, genannt Premium Lite. Hier handelt es sich um ein günstigeres Abo als YouTube Premium, bei dem User allerdings immer noch Werbung angezeigt bekommen. Die Variante wurde bereits vor einem knappen Jahr in einigen Ländern getestet, wieder abgeschaltet und kommt jetzt wieder zurück, zunächst als Test in Australien, Deutschland und Thailand. Während das reguläre YouTube Premium Usern ermöglicht, Videos zu downloaden und offline oder im Hintergrund abzuspielen und Zugriff auf den Musik-Streaming-Service YouTube Music ermöglicht, will Lite Premium von all dem Ramsch nichts wissen. Hier bekommt man limitierte Werbung und sonst eigentlich nichts. Laut Info von YouTube können Werbungen innerhalb Premium Lite in lizenzierten Musikvideos, Shorts und YouTube-Suchen auftauchen. Werbung innerhalb oder vor normalen Videos selbst sollen damit vom Tisch sein. Die neue Abo-Option kostet 5,99 Euro, was immer noch ein ordentlicher Schwung Geld dafür ist, dass man effektiv lediglich ein paar Minuten weniger Werbung im Monat sieht. Und dann gibt's mal wieder Erwähnenswertes aus dem Hause Lego. Die Dänen haben mir neuestes großes Marvel-Set vorgestellt, und zwar das X-Mansion aus der X-97-Timeline. Für satte 330 Euro bekommt ihr gerade mal knapp über 3000 Teile und wir haben damit die völlig rudimentäre Grenze von 10 Cent pro Teil wieder überschritten. Das Häuschen sieht von außen erstmal relativ unspektakulär aus, passt aber immerhin dank der Baseplates im Modular-Building-Stil in eine existierende Lego-Stadt. Neben den Minifiguren besteht die gesamte Lizenz des Sets aus zwei großen Stickerbögen. An Figuren bekommt ihr immerhin fast die gesamte X-Bande. Mit Professor X, Wolverine, Storm, Cyclops, Rogue, Iceman, Gambit, Bishop und Jean Grey. Von Jubilee fehlt jede Spur, dafür gibt's Magneto obendrauf. Wer das nötige Kleingeld übrig hat, kann jetzt den braunen Kasten im Lego-Store anschauen, es gibt aber meiner Meinung nach wirklich hübschere Sets in der Preisklasse. Wer unbedingt ein Marvel-Set möchte, kann sich zum Beispiel den Daily Bugle angucken, der immer noch erhältlich ist, in etwa das gleiche kostet, aber knapp 1000 Teile und 15 Figuren mehr besitzt als das X-Mansion. Aber, sagt er überhaupt nicht passiv-aggressiv, das müsst ihr ja selbst wissen. Ansonsten naht Halloween und natürlich gibt's auch dieses Mal diverse MMO-Events. Der Herr der Ringe Online feiert sein alljährliches Herbstfest, eins der größten wiederkehrende Events des Spiels. Sowohl im Auenland als auch im später zugefügten Gebiet, Wisstmet, könnt ihr spaßige und gruselige Questlines durchspielen, gibt's auch aktuell auf meinem Kanal. Und viele, viele Eventaufgaben erfüllen, um euch Spooky-Reittiere, Zierwerk und Gegenstände zu besorgen. RuneScapes Harvest Hollow bietet einen neuen, saisonalen Hub und eine neue Quest, das Feld der Schreie, mit der ihr unter anderem eine schicke Uniform freischalten könnt. Auch Guild Wars 2 feiert die Rückkehr des verrückten Königs mit dem üblichen Aufgebot, aber ein paar neuen Belohnungen. Für Labyrinth, Jump-Puzzles und Event-Quests im fantastischen Kürbis-Design gibt's diesmal jede Menge thematischen Krimskrams für euer Eigenheim zu erspielen, welches erst seit der letzten Erweiterung Jean-Thier Wilds im Spiel ist. Albion Onlines Ernteherausforderung ist jetzt ebenfalls live, genauso wie EVE Onlines Crimson Harvest. Auch Klassiker wie Everquest 1 und 2 haben bereits den Kürbis rausgestellt und Final Fantasy 14's aller Schutz Heiligen Event für dieses Jahr hat auch gerade erst in Gridania begonnen. Hier gibt's ebenfalls ein cooles Rüstungsset mit Hörnchen zu erspielen. In World of Warcraft haben zur gleichen Zeit die Schlotternächte angefangen, in denen über ganz Azeroth verteilt ebenfalls haufenweise schreckliche und fürchterliche Aufgaben auf euch warten. Bei Elder Scrolls Online hingegen müsst ihr aber noch ein bisschen Geduld haben. Hier fangen die Feierlichkeiten erst am 24. Oktober an. Happy Halloween! So und damit lassen wir's glaube ich erstmal gut sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine kleine Erinnerung, dass euer Support die Woche überhaupt möglich macht. Falls ihr also möchtet, abonniert gern und klickt die Glocke oder unterstützt das ganze Ding über den Ko-Fi-Link unten in der Beschreibung. Und natürlich teilen, teilen, teilen. Wir sehen uns nächste Woche und in den nächsten Tagen in den Streams. Bis dahin, macht's gut und bleibt gut. Ich bin Tiku, das war die Woche. Sony hat jetzt neue Sprecher im Cast vorgestellt und die sind tatsächlich etwas überraschend dafür, dass man eigentlich von einem... Oh mein Gott, ich muss ins Bett.